Ich mach nie mal ein Video. So, Fido auch noch? Komm jetzt her, aber er kommt ein bisschen näher ran. Das Fleisch weich hat er jetzt auch genug. Hey, na komm. Hey, gut. Oh, geht's. Oh, super. Jetzt müssen wir einfach eben das getaulen lassen. Komm, hab ja jetzt. Der Heide läuft jetzt doch irgendwie schwule an. Der Heide läuft. Der Heide läuft. Der Heide läuft einmal raus. Das ist das Beste für das anzunehmen. Das war man wie ein Engel. Das ist richtig schön, wenn wir kommen à zu werden. Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020